Hallo miteinander! Es geht heute um die wohl zweithäufigste Erweiterungskarte in einem Desktop-PC. Ja, und zwar um eine Soundkarte, wenn an erster Stelle die Grafikkarte steht. Wobei Grafikkarten manchmal eben mehr als nur extra sind, weil manche CPUs haben ja keine Onboard-GP. Wie dem auch sei, ich habe mir eine, ja, in Anführungsstrichen neue Soundkarte gekauft, weil die habe ich nämlich gebraucht gekauft, deswegen die Anführungsstriche. Eine Creative Sound Blaster Z. Ja, das ist sie. Die habe ich für 40 Euro gekauft über eBay Kleinanzeigen. Man hätte sie auch neu kriegen können. Um die 60 Euro hätte das gekostet. So habe ich nochmal etwa 20 Euro einsparen können. Und auch wenn in meinem Haupt-PC, wo die Soundkarte einziehen wird, ansonsten nur Neukomponenten verbaut sind, die ich neu gekauft habe, werde ich eine gebrauchte Soundkarte verbauen. Weil gebrauchte Hardware muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ja, das ist sie, die Creative Sound Blaster Z. Kommt sogar noch hier in der originalen Verpackung daher. Und man kann sie auch schon hier sehen. Das ist die Soundkarte. Die sieht auf jeden Fall besser aus, wie die Karte, die ich vorher drin hatte. Die zeige ich euch auch gleich. Und hier sind ein paar Schlagwörter abgedruckt, wie Crystal Voice, Dolby Digital Live, DTS Connect, 600 Ohm A&P. Das ist der Kopfhörer-Verstärker. Soundcore 3D, 24 Bit, 192 Kilohertz, 116 Dezibel. Klingt schon mal alles sehr vielversprechend. Mit beiliegend ist ein sogenanntes Beamforming Mikrofon, was es damit auf sich hat. Dazu später mehr, würde ich sagen. Und ich zeige euch noch mal kurz hier den Karton von allen Seiten. Hier ist so eine kleine Bebilderung über die Anschlüsse. Und die Systemanforderungen, Intel Core 2 Duo oder AMD Prozessor mit 2,2 Gigahertz oder schneller. Steht dem was zum Arbeitsspeicher. 1 Gigabyte RAM. Ok. Und man braucht 600 Megabyte Freespace auf der Harddisk. Ansonsten freier X1-Port oder auch X4 und X16 auf dem Motherboard. Ein DVD-Laufwerk braucht man nicht. Die Treiber gibt es auch bei Creative zum Download. Und die Karte ist kompatibel mit Windows 7, Windows 8, sowohl 32, 64 Bit als auch mit Windows 10. Da gibt es auch Treiber für. Und auf der Seite sind auch noch mal so ein paar Sachen zum Soundblaster X Pro Studio abgedrückt. Das ist die Steuerungssoftware. Zeige ich euch auch noch eventuell ganz kurz. Ja genau. Der Scout Mode soll bei Computerspielen die Surround-Leistung verbessern, dass man schon Gegner dann sich nähern hört, bevor man sie überhaupt sieht. Das ist bei Ego-Shootern zum Beispiel sehr interessant, dass man eben die anderen Mitspieler schon von weitem hören kann. Ja, quasi wie so eine Art Sheet-Funktion. Mehr oder weniger. Dann gibt es hier Soundblaster X Pro Studio, also die Steuerungssoftware. Crystal Voice ist eine Verstärkung oder Verbesserung für die Sprachqualität, dass man eben Anrufer noch besser verstehen können soll und man selbst auch besser verstanden wird durch die Technologie. Auch das Beamforming, Beamforming und Microphone soll für eine bessere Sprachqualität sorgen. Dann gibt es hier diese digitalen Surround-Standards, Dolby Digital und DTS Connect und ja gut. Da mache ich den Karton mal auf. Ja, die Karte ist halt gebraucht. So sieht sie aus. Ja, die war noch ziemlich feucht gewesen, als ich die Karte gekriegt habe. Das war gestern, jetzt ist sie aber auch akklimatisiert. Ja, was man hier durch das Sichtfenster sieht, das ist der potente Soundcore 3D. Das ist ein Mehrkern-Soundprozessor, ich glaube, mit vier Kernen sogar ausgestattet, der dann die ganzen Effekte und auch Surround-Sound berechnet. Ja, das Ganze hat hier eine Abdeckung gekriegt aus Metall. Die sorgt dafür, dass keine Störsignale rauschen und so weiter. Also was es da alles so gibt von den Spannungsreglern von Grafikkarten und so weiter. Dass solche Störimpulse hoffentlich ferngehalten werden. Für eine bessere Soundqualität natürlich. Hier ist der X1-Port für das Motherboard. Eine PCI-Express-Soundkarte also. Und hier auf der Seite besitzt die Karte, und das ist für mich persönlich sehr wichtig, den Front-Panel-Audio-Header. Da kann man dann die Klinkenanschlüsse des Front-Panels vom Gehäuse anschließen. Also meiner Meinung nach muss das eine gute Soundkarte auf jeden Fall haben, damit man auch an den vorderen Audio-Anschlüssen von der besseren Soundkarte profitieren kann. Ich mache euch gleich hier die Abdeckung mal ab und dann zeige ich euch die einzelnen Chips nochmal an sich, weil das finde ich ganz interessant, bei Elektrogeräten mir die Innereien anzuschauen, wie es da drunter aussieht. Das habe ich früher als Kind schon sehr interessant gefunden. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal ein W-Scheibentelefon auseinandergenommen hatte, dass wir mal im Kindergarten zum Spielen hatten. Und aus einem, ja, mir jetzt nicht bekannten Grund hatten wir das dann mit nach Hause bekommen. Und da habe ich mal reingeschaut. Und das sah ganz interessant aus mit den Bauteilen auf der Platine. Die, also das sah so aus wie eine Großstadt. Die Kondensatoren habe ich mir vorgestellt als Hochhäuser. Und die Controller in dem schwarzen, rechteckigen, quadratischen Gehäuse waren für mich Fabrikhallen. Und die Leiterbahn waren die Straßen. Damals wusste ich ja noch nicht, was das für Komponenten waren. Ja, so fing, denke ich mal, alles an mit dem alten W-Scheibentelefon. Hierzu den Anschlüssen vergoldete Kontakte auch schon ein bisschen besser. Hier gibt es sogar auch einen optisch-digitalen Audio-Eingang, Tosslink auch genannt, als auch ein Output. Also man kann hier tatsächlich auch was aufnehmen mit. Dann haben wir hier die Soundanschlüsse. Ja, der Line-In teilt sich den Anschluss mit dem Mikrofon. Was ich bei Asus Soundcard schon kennengelernt habe mit der Sonar DG. Die hat das nämlich auch. Finde ich ein bisschen, ja, ein bisschen problematischer. Da kann man Line-In und Mikrofon ja nicht gleichzeitig anschließen. Und von der Erkennung her, ja, muss man erstmal natürlich manuell umschalten, ähm, was man gerne hätte. Ob jetzt ein Mikrofon oder ein Stereo, äh, Gerät angeschlossen ist. Das muss man erstmal manuell einstellen. Der Kopfhöreranschluss und die weiteren Kanäle für Surround-Sound. Und ich muss den Akku eben wechseln. Da nehme ich euch gleich die Hutze ab und dann können wir da mal drunter lupen. Die Schrauben sind bereits entfernt, dass ich die Metallabdeckung abnehmen kann. Hier seht ihr nochmal die andere Seite der Metallabdeckung. Das Sichtfenster ist hier so reingeklipst, wie ich sehe. Und ähm, legt eben die Sicht auf den Soundprozessor frei. Wobei durch das Sichtfenster natürlich dann auch wieder Störimpulse eindringen können. Gut. Aber ich denke mal, das ist Meckern auf relativ hohem Niveau. So. Dann seht ihr jetzt hier die, äh, ganze Schaltung der Soundkarte. Hier sind noch zwei rotleuchtende LEDs für eine nette Beleuchtung, wer das braucht. Wichtiger sind natürlich die verbauten Komponenten. Und da gibt's teils doch ganz interessante Sachen. Hier das auffälligste ist der Soundcore 3D. Das ist eben der Soundprozessor von, äh, Creative mit, ich glaube, vier Kanälen. Der ist für die Berechnung von den Effekten, wie auch, ähm, für die Berechnung des Surround Sounds zuständig. Dann, etwas unscheinbar, hier unter der unteren roten LED sitzt dann der Creative, äh, CA0113-4AG-Controller. Was genau der macht, ist jetzt nicht bekannt. Der scheint aber die Soundkarte zu steuern. Ist wohl ein, ja, Controller-Chip eben. Dann haben wir hier ein vier Kilobyte großes EPROM, äh, 24C32F. Da können dann Profile zum Beispiel hinterlegt werden, äh, ja, irgendwas wird auf jeden Fall dann gespeichert. Das ist ein kleiner Speicherchip. Ja, dann geht's meinetwegen weiter mit diesen beiden Chips. Genau, die linke hiervon, das ist der CS4398, also von Serious Logic. Das ist ein ADC, ne, DAC, Digital-to-Analog-Converter. Der wandelt also die digitalen Sound-Signale des Prozessors in analoge Signale um für die Anschlüsse. Sehr interessant, dass so einer verbaut ist. Also, es, äh, wird nicht auf den Sound-Prozessor gesetzt, wenn der über eine DAC-Wandlung verfügt. Das ist also schon mal ein bisschen besser, wenn man das extern hat. Ist so eigentlich die Regel. Rechts daneben ebenfalls ein Chip von Service Logic, der 8416CN. Das ist ein Audio-Receiver. Und zwar für Digital-Audio. Äh, der hat ja hier auch eine Toss-Link-Eingangs-Buchse für digitales Audio. Und das empfängt dieser Chip. Äh, dass das ein analog zu Digital-Umsetzer ist. Das kann ich nicht bestätigen. Und dann hat die Karte hier noch zwei Chips. Äh, das sind unterschiedliche Chips. Meine Kamera gibt das jetzt gerade so offenbar nicht her. Ja, diese beiden Chips hier nahe der Audio-Buchsen sind Operationsverstärker. Das hier, das ist der JRC 2114, ein Low-Noise Operational Amplifier. Und das ist der JRC 4556A High-Current Operational Amplifier. Ähm, die scheinen also eine andere Auslegung zu haben. Zum einen für Low-Noise, also wenig Rauschen. Und für eine hohe Ausgangsleistung. Also in Form von einem hohen Ausgangsstrom. Ja. Genau. Also quasi der Kopfhörerverstärker. Ja, wobei der linke besser zu sein scheint, wie der rechte von den technischen Daten her. Ja, soviel dann zu der Creative Soundblaster Z-Hardware an sich mit den verbauten Controller-Chips und so weiter. Hier haben wir auch wahrscheinlich nicht hicken Gold-Kondensatoren hier verbaut. Schon eine sehr gute Platine, die damals, als sie rauskam im Jahre 2012 um die 100 Euro knapp kostete. Ja, sie kann man eben, wie gesagt, aktuell auch noch kaufen für knapp 60 Euro. Ich habe sie ja gebraucht für 40 gekauft. So, dann ist hier das mitgelieferte Beam-Firming-Mikrofon mit einem normalen 3,5 mm Klinkenanschluss. Äh, so sieht das Ganze eben aus. Und das Besondere hieran ist, dort sind zwei Mikrofone verbaut. Und hiermit soll man den Aufnahmewinkel einstellen können, sodass, ja, Nebengeräusche eben nicht mit aufgezeichnet werden. Ganz interessant. Ob das... Ja, ich habe mir schon mal ein paar Testaufnahmen mit dem Mikrofon angehört. Und... Ja, man darf nicht zu viel erwarten. Die Qualität ist, ähm, ja, nicht ganz so gut von dem Mikrofon. Also die, ja, äh, Gesprächsqualität an sich. So, jetzt nochmal kurz zu der feuerverbauten Soundkarte. Das ist die hier, auch eine Creative Sound Blaster. Und zwar die Audigi FX oder Audigi FX. An für sich auch ein potentes Teil. Das ist eine Einstiegs-Soundkarte für 13 bis 15 Euro um den Dreh. Aber, die hat auch so ein paar interessante Sachen. Ist eine, ja, 5.1 Channel Karte. Die hat hier noch Line-In und Mikrofon sogar getrennt. Was ich persönlich jetzt besser empfinden würde, aber okay. Und als Soundchip kommt hier Realtax ALC898 zum Einsatz. Das ist ein älterer Sound-Codec, aber von besserer Qualität, würde ich mal sagen. Und dies ist genau der gleiche Soundkarten-Controller wie auch auf der Sound Blaster Z. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Operationsverstärker. Das sind beides die gleichen. von Silicon Technologies ST. Dafür steht das glaube ich. Und zwar jeweils der NC4558. Ein Wide Bandwidth Dual Bipolar Operational Amplifier. So wird das dann bezeichnet. Also für den Kopfhörer-Verstärker ist der ja auch gedacht. Ja, und dann habe ich auch noch eine ziemlich potente Audio-Section auf meinem ASRock X370 Gaming K4 Mainboard mit Realtax aktuellem ARC 1220 Sound-Codec und einem NE5532 Kopfhörer-Verstärker von Texas Instruments. Der ist glaube ich für die Front-Panel-Anschlüsse zuständig, wenn mich nicht alles täuscht. Die Sache ist aber die, dass die Aufnahmequalität an den Front-Panel-Ports meines Mainboards bescheiden ist. Wenn ich da was aufnehme mit meinem Headset, dann klingt das nicht gut. Und deswegen die Soundkarte, die auch für eine bessere Aufnahmequalität an den Front-Panel-Audio-Ports sorgt. Ja, leider kommt die Beleuchtung der Soundkarte jetzt nicht mehr richtig zur Geltung, so wie sie verbaut ist. Nämlich direkt in dem Slot über dem Netzteil. Und sie ist natürlich nach unten gerichtet. Ja, da sitzt die Karte und sie leuchtet jetzt das Netzteil von unten an. Aber das erschien mir als einzig sinnvolle Position. Das Netzteil hat ja sowieso ein Metallgehäuse und ja, am besten so weit wie möglich weg von der Grafikkarte. Direkt da drüber sitzt noch eine Capture-Karte. Ich habe insgesamt zwei Capture-Karten in meinem Rechner und eine Firewire-Karte auch noch. Ja, naja, ich habe die Beleuchtung auf rot eingestellt. Sieht ja auch ganz nett aus. Ich habe ja auch eine AMD CPU, das passt dann ja. Und jetzt zeige ich euch das hier hinter nochmal ganz kurz. Hier ist mein Gigabit LAN-Adapter bei der Onboard-LAN spinnt. Dann habe ich hier die USB-Geräte angeschlossen. Und da ist das Display-Port-Kabel angeschlossen. Was zum Monitor natürlich geht und dort drunter dann die Soundkarte. Dann habt ihr hier noch den DVI-Port, der Capture-Karte, Firewire, die Grafikkarte und hier noch eine Capture-Karte. Und das wären dann die Onboard-Audio-Ports des Mainboards. Ja, so sieht das Ganze dann hinten jetzt von meinem System aus. Ja, nicht erschrecken. Ich spreche jetzt durch dieses Beam-Firming-Mikrofon, das Creative der Soundblaster Z beigelegt hat. Und ich möchte euch jetzt die Bedienoberfläche hier der Soundkarte nochmal kurz näher bringen. Ihr seht hier die Soundblaster Oberfläche Pro Studio. Und hier unter SBX Pro Studio kann man dann diese Sachen hier rechts konfigurieren. Unter anderem Surround, das ist virtuell. Macht allerdings, wie ich finde, nur bei Kopfhörern wirklich Sinn. Da ich zwei Studio-Monitore links und rechts neben meinem Monitor stehen habe, kommt diese Funktion nicht ganz so gut rüber. Deswegen habe ich sie abgeschaltet. Crystalizer ist bei mir an. Vielleicht könnte ich ihn ein bisschen zurücknehmen. Ich muss das noch ein bisschen feintunen. Bass ist auf jeden Fall bei mir sehr stark angezogen, weil ich liebe Bass über alles. Ja, mit der Crossover-Frequenz macht eigentlich nur bei Mehrkanalsystemen Sinn, die eben das nicht selber auftrennen, sondern wo man dann tatsächlich die Frequenzen hier in der Software dann trennen muss. Ja, wenn man eben mehrere Kanäle hat. Dieses Studio-Monitor-System, das trennt die Frequenzen wahrscheinlich intern dann mit Audio-Weichen. So dass der große Lautsprecher eben nicht die hochfrequenten Töne bekommt, was der Hochtöner dann wieder geben soll. Smart Volume laut Nacht und Normal. Damit kann man die Lautstärke verstellen. Der Effekt ist ziemlich krass. Also wenn man laut eingestellt hat, dann wirkt es auch deutlich lauter. Und wenn man Nacht eingestellt hat, dann wird das gedämpft wieder gegeben, weil man eben die Nachbarn nicht stören möchte. Dialog Plus habe ich jetzt bisher noch nicht ausprobiert. Das müsste ich mal ausprobieren, wenn ich mir einen Film anschaue. Das soll die Stimme verbessern. Dann gibt es hier dieses Crystal-Voice. Mikrofon ist eingestellt. Aufnahme, Lautstärke 80%. Ich kann die Verstärkung auf 30 dB setzen. Ich kann die Aufnahme, Lautstärke auf 100% setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob er übersteuert oder nicht. Deswegen habe ich es lieber auf 20% und 80% gesetzt. Bei der Soundblaster Audi GFX war das so und meinem Rushcore Gaming Headset, dass es dann schon übersteuert hatte. Das Mikrofon bei 30 Dezibel Verstärkung und 100% Lautstärke. Dieses Crystal-Voice könnte interessant sein. FX kann man hier... Ah, genau. Das sind diese Effekte. Die sind ganz witzig. Zum Beispiel so... Das ist ein Dämon, dann klingt meine Stimme wie ein Dämon. Das ist ganz realistisch irgendwie gemacht. Und bestimmt auch ziemlich witzig. Oder ich kann meine Stimme deutlich tiefer machen. Ich habe jetzt keinen Kopfhörer auf die Ohren, weil ich dann nicht richtig sprechen kann. Wenn ich meine eigene Stimme nochmal eine kleine Millisekunde verzögert höre. Das bringt mich dann aus dem Takt. Deswegen... Man kann hier auch andere Sachen einstellen wie ein Zwerg beispielsweise. Ich weiß nicht, wie das klingt, aber ihr werdet das mit Sicherheit hören können. Ich weiß nicht... Nicht wie ein Org klingt, aber jetzt wisst ihr das. Was gibt's denn hier noch so Nettes? Frau zu Mann? Ach, die kleinen Kids, die sind auch richtig krass. Das ist bestimmt richtig geil. Oder auch ein Roboter. Muss man mal ausprobieren. Ist bestimmt ganz interessant, mit diesen Effekten hier mal zu spielen. Ich kann auch irgendwie wie eine Frau klingen. Aber ich schalte das mal lieber aus. Das ist jetzt meine echte Stimme. Wobei die Qualität wahrscheinlich nicht ganz so prickelnd ist. Noise Reduction, Acoustic Echo Cancellation. Das ist ganz gut. Ah, hier mit dem Fokus. Ich mache das mal breit. Genau das ist das nämlich. Hier mit dem Beamforming Mikrofon. Man kann den Aufnahmewinkel einstellen. Weil dieses Beamforming Mikrofon hat zwei Kondensatormikrofone integriert. Und die können den Aufstellwinkel... Wie soll ich das sagen? Die können eben einen variablen Aufstellwinkel fahren. Ich spreche jetzt mal die ganze Zeit und verstelle jetzt mal hier den Aufnahmewinkel kleiner. Und vielleicht merkt ihr ja einen Unterschied. Man kann ihn hier auf bis zu 20 Prozent einstellen. Vielleicht habt ihr ja einen Unterschied gerade wahrgenommen. Wie gesagt, ich habe keinen Lautsprecher auf den Ohren. Womit ich das dann selbst hören kann. Weil das funktioniert bei mir nicht. Ich schalte das mal ab. Vielleicht... Ja, jetzt ist es eingeschaltet. Jetzt ist es abgeschaltet. Vielleicht merkt ihr da einen kleinen Unterschied. mit Scout-Mode. Genau. Scout-Mode verstärkt den Surround-Sound bei PC-Spielen. Dass man auch seine Feinde aus weiterer Entfernung noch anschleichen hört. Das ist quasi schon fast wie Cheating. Ist auf jeden Fall ein ganz netter Effekt, wenn man jetzt hier einen Ego-Shooter spielt. Fortnite würde mir da einfallen. Da kann ich das mal ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Aber dafür müsste ich glaube ich auch ein 5.1 Surround-System besitzen. Oder vielleicht hilft da ja schon hier dieses Surround. Weil man kann ja auch Surround mit zwei Lautsprechern irgendwie simulieren. Das ist ganz interessant. Lautsprecher-Kopfhörer. Hier kann man dann seine Config einstellen. Stereo 2.0, 2.1. Da gibt es zwei verschiedene Lautsprecher-Buchsen, die man nehmen kann. Das ist eine 5.1-Kanal-Sound-Karte. Keine 7.1. Da gibt es einen Anschluss für Kopfhörer. Da dürfte dann auch der potente Kopfhörer-Verstärker davor sitzen. Und der Lautsprecher wahrscheinlich dann nicht von einem Kopfhörer-Verstärker angesteuert. Da ich ein Lautsprechersystem habe, habe ich es eben so eingestellt. Dann gibt es hier den Punkt Kino. Da kann man dann Dolby Digital Live und DTS Connect auswählen. Das ist eben dieses spezielle Audio-Format für Surround-Sound. Und zwar bei digitaler Audio-Übertragung. Zum Beispiel zu einem AV-Receiver. Wir haben beispielsweise einen im Wohnzimmer von Teufel. Moment. Bei Mixer kann man dann die verschiedenen Lautstärken hier nochmal einstellen für die Aufnahme. Und, und, und. Was sie hören, das ist dieser Audio-Mix. Stereo-Mix. Das ist damit gemeint. Ich kann dann hier die ganzen Kanäle einzeln ansteuern. Wie laut ich die gerne hätte. Auch hier links und rechts und, und, und. Das ist ganz interessant. Aqualizer. Da kann man dann die verschiedenen Frequenzen einstellen, wie man das gerne hätte. Da gibt es dann auch diese Vorauswahl. Normalerweise ist bei Rock Pop. Akustische Musik. Ja. Normalerweise ist es dann deutlich stärker alles ausgeprägt. Nun ja. Lassen wir das lieber. Erweiterte Funktionen. Da kann man dann den Stereo-Mix über Digital-Ausgang wiedergeben bei Bedarf. Das war es dann hier zum Pro Studio. Und jetzt habt ihr auch mal das Beamforming-Mikrofon kennengelernt. Ja. Und jetzt möchte ich das nochmal kurz ausprobieren. Weil ich festgestellt habe, dass man ein kleines Störgeräusch wahrnimmt im Hintergrund. Und das ist ja nicht so schön. Aber als ich Crystal Voice eingeschaltet habe, da war das Hintergrund Störgeräusch nämlich weg. Aber meine Stimme wurde eben deutlich dumpfer aufgenommen. Jetzt, ohne Crystal Voice, wenn dieses Hintergrund Störgeräusch nicht wäre, wäre es perfekt. Aber ich schalte das jetzt mal ein. Dann ist dieses Störgeräusch ja weg. Aber meine Stimme ist eben deutlich dumpfer. Und wenn ich jetzt Acoustic Echo Canceler mal ausschalte, hört man vielleicht einen Unterschied. Das weiß ich nicht. Und wenn ich das jetzt wieder einschalte und den dafür ausschalte, vielleicht ist das Störgeräusch ja dann auch weg. Und meine Stimme wird eben nicht so dumpf aufgenommen. Ich kann Acoustic Echo Cancellation mal ausschalten. Vielleicht ist das Störgeräusch ja jetzt wieder da oder auch nicht. Das werde ich ja gleich hören, wenn ich die Aufnahme dann anschaue. Smart Volume ist auch ganz interessant. Ach, hier. Ich glaube, das macht er sogar automatisch. Genau, Smart Volume regelt wahrscheinlich dann die Aufnahme, Lautstärke automatisch nehme ich mal an. Und er wünscht Hintergrundgeräusche und störende Echos aus dem Gespräch entfernen. Gut, jetzt habt ihr noch mal einen Überblick. Ich kann Chris Silber noch mal ganz abschalten. Jetzt müsste es natürlich auch wieder besser klingen. Aber mit dem Hintergrundstörgeräusch, was nicht schön ist. Ich werde es mir gleich noch mal anhören.